Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runners Flow und heute habe ich eine schöne Übung für dich, die deine Technik und deine Koordination schult. Das ist eine Übung aus dem Lauf-ABC, die kannst du ab und zu mal in dein Training einstreuen. Die schult unglaublich die Koordination, ist ein bisschen was fürs Köpfchen, also nicht nur stupide irgendeine Übung machen. Und diese Übung, die geht so. Die Übung ist eine Mischung aus Skippings und Anfersen. Hier mal in normaler Geschwindigkeit. Du fährst zunächst mit einem Bein an und ziehst dann dasselbe Bein zum Skipping nach oben. Dann machst du einen Zwischenschritt und machst das gleiche mit dem anderen Bein. Achte dabei auf einen geraden Oberkörper. Die Arme schwingen locker neben dem Körper mit. 2x30 Meter mit Trabpause dazwischen sind für diese Übung optimal. Und die nennt sich im Übrigen Skippos. 1. 9. 15. Vielen Dank.